So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er hier ist, ne, hier ist er auch nicht. Dann gehe ich mal zu viel überwarten, da doch. Ja, ich bin auch gerade auf dem Weg zu viermal, da drüber zu gehen, weil dann kann er ja nur noch da bei 8 sein, dann. Ja, bei 7 mal, naja. Ja, wenn er hier nicht ist. Okay, er geht gerade wirklich hoch, zu 8. Ja, er ist gerade bei 8 rein. So, jetzt ist die Frage, sollen wir direkt die Fallgruben zünden? Ne, ich würde das trotzdem machen, wenn der... Wenn er Stamina hat, okay. Weil dann haben wir einfach viel mehr Zeit. Ja. Jetzt steht er da oben. Ja, aber kann er ja nicht, oder? Ne, ne. Werden wir heute zumindest neu. Okay, genau, leckt ihr mal voll Kanne da drauf, warum bin ich zu nahe dir dann? Ja, genau, er macht erstmal einen Sprungdreck auf mich. Ach ja, stimmt, jetzt müssen wir auf die grünen Flecken aufpassen auch noch, ne? So, Cha-Cha und Kayama, macht das mal. Äh, der hat schon shiny gelassen. Rätselschleim habe ich direkt schon erhalten, auch wirklich. Oh man. Ja, stimmt. Geil, ich habe kein einziges Mal gerade getroffen. Scheiße, Mann. Alter. Scheiße, ich habe Schleim. Äh, passiert was mit Schleim? Nein, aber ich kann den löschen. Ich kann den löschen. Vor allen Dingen. Fuck. Ja. Alter, ich habe echt irgendeine... Äh, da ist nochmal ein shiny. Nein, der ist doch bloß nicht. Ach, da war eine Katze. Oh, das könnte sein, ich weiß nicht. Ich traue mich irgendwie gerade nicht, da an ihn ranzugehen. Wow. Wenigstens am Schwanz. Vom Schwanz getroffen, meine ich. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ne, war tatsächlich auch von ihm. Ein shiny. Fuhuhuhu. Ich habe irgendwie voll Schiss. Also, das ist wirklich... Hm. Oh, wow. Boah. Fuck, 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 fuck. Oh. Ich sehe gerade gar nichts. Monsterkamera mal aktivieren, so. Ja, der steht da scheiße, dass der immer so halb in der Lava hängt. Wir müssen mal hier mehr in die Mitte holen. Westen. Der eckt da nämlich echt beschissen. Vor sich springt, oder? Nee, okay, wohl nur. Ja, hab ich aber auch gedacht. Da hat gerade ein Haltrick. Wow, was ist das? Oh, scheiße. Alter. Bäm. Nein, 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 nein. Nein. Boah, ich dachte, er wollte mich angreifen. Der hätte mich so gut angreifen können. Komm, scheiße, mein Ausdauer geht sonst weg. Bleib doch mal stehen. Natürlich. Übrigens, ich sehe dich. Hier, friss mein Schleim. Ja, ich will nicht, dass der vorher noch explodiert. Lass mich wenigstens ein paar Mal rollen. Scheiße. Puh. Alter, Schwede. Das Geilste weiß, was der gemacht hat. Der hat meinen Schleim, den ich noch dran hatte, mit explodieren lassen. Hm. Alter, das war heftig. Also, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir vielleicht doch schon ein paar Fallgrum zünden sollten. Für was? Auch für ein paar Fallgrum, die ich vielleicht doch schon vorhersen. Alter, was war das denn? Ich glaube, ich bin auch ein Fallgrum. Er hat dann auch den Boden gehauen, dass es so krass auf mich zugeschüttet hat. Oh, krass. Ja, dann explodiert doch irgendwie alles um dich herum, ne? Oder so irgendwie sowas. Ich glaube, also diesmal ist alles in meine Richtung gegangen. Boah, heftig, ja. Ja, ich glaube, wir müssen echt die Fallgrum zünden. Ja, wenn du gleich darfst, dann möchte ich die Reste. Ich komme jetzt von unten. Fuck, ey. Das ist schon heftig. Aber echt so. Ach, hier bin ich übrigens. Boom. Ach, der hängt da oben. Versuch den mal hier ins offene Gebiet irgendwie zu locken. Ah, gut. Ich bin da, ich bin da. Ach so, du hast einen Schockfaller gelegt. Hab ich das nicht gesagt? Ne, ich dachte, du wolltest eine Fallgrube legen. Das hab ich nämlich gesagt. Ach so. Ja, ich hab, wie gesagt, zwei Schritte. Also ich kann jetzt auch alle nacheinander machen. Bisschen! Alter. Ich hab schon halbe Leben verloren, ne? Boah, Alter. Da explodiert alles drumherum. Nein! Scheiße, jetzt war es die Schockfalle. Ah, fuck. Ah, er leckt sich jetzt erstmal wieder. Ich würde zwar gar nicht wissen, was der auf der Zunge hat, dass der sich selber explosiv und Slice lecken kann. Fuck, das hält so gut wie gar nicht. Oh, ey, ich hab... Ey, der macht damage, das ist nicht mehr normal, ne? Natürlich! Ich wollte mich heilen, was passiert? Ach, hier! Übrigens, haha, ich bin Uruk-Tor. Schön, dich zu sehen. Ach, komm schon hierhin. Äh, hallo? Ja, da scheint er echt ziemlich... Naja, das ist ziemlich wenigstens etwas. Fuck, jetzt kommt Gelder auf Schleim. Fuck it. Der ist echt heftig. Boah, ich glaub, das wird... Wenn, dann wird's eng. Ich bin auch eher skeptisch jetzt, wirklich. Fuck. Oh, Tatsache. Kann ich den in eine Richtung machen? Oh, der haut ab. Alter. Hier ist ein Shiny. Ja, das ist über die Autos. Ja, warte, ich hab grad erstmal die Falle gemacht. So, ich hab hier nirgendwo einen Shiny. Ne, ich hab nirgendwo einen Shiny. Aber echt heftig, heftig. Fuck. Ich hab jetzt auch wieder einen Trapp. Normal allerdings. Ja. Ja, ich hab ne Fallgrube. Dann behalte du die Beste, die Donner, weil... Ja, klar. Ich sterbe schon beim ersten Schwanzangriff. Ich geh zurück. Bevor sich er kommt voll mit, äh... Slime-Angriff direkt. Ich glaub's mal raus. Hm. Boah. Du meinst, du stirbst beim Rauslaufen. Ne, ne, der hat mich nicht getroffen. So. So, ich hol dann die Fallgrube, weil die... ... ist echt effektiver. Zumindest wenigstens etwas. Wo dann seh ich auf den Räumen? Äh, der hat gelben Slime. Das ist die Märzmacht, wenn der... Fuck. Jetzt weiß ich, warum du die Frage stellst. Ja gut, Moment, dann locken wir den. Ich wälter da rein. Oh fuck, mach den. Um sich herum. Ach so, die leuchten dann hell. Der Boden. An den Stellen, wo der trifft. Ah, das ist natürlich interessant. Geil, ich hab grad... ... kein einziges Mal getroffen. Obwohl das... Ja. Boah, zum Glück bin ich grad nicht... Oh, ja, perfekt. Jetzt hat er auch Stamina verlust. Ach komm, jetzt leckt er sich wieder. Ne. Das gibt's jetzt nicht, ne? Also... Boah... Irgendwie läuft grad bei dem Juan alles schief. Ja. Wenn wir den abbrechen, kriegen wir doch unsere ganzen Alten zurück, oder? Ja gut, aber ich meine... Ne, ich wollte nur wissen. Äh, ich weiß es wirklich nicht, ob wir da nochmal alles zurückkriegen. Oh, hier sind die scheiß Steine. Hm. Alter, der macht ja gar nix lang. Nein. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Äh, natürlich. Ich schau direkt ab. Was für Zeige. Boah, scheiße, ey. Boah. Kannst du das nicht sehen? Hm. Das ist... Gut zu wissen. Man soll ja mal direkt hierhin kommen. Ja, komm. So. Tatsache, dass wir noch echt Damage... Fuck. Boah. Ich hatte grad Ausdorf, äh, verloren, nämlich. Ich konnte grad nicht, äh... Ey, ich kann nur einen Angriff machen. Und dann direkt wieder weg. Nein. Boah, wie schnell dreht der sich? Alter. Weißt du? Ein Angriff, bumm, dreht sich um. Ich muss mal schärfen. Ich muss mal, äh, schärfen. Alter. Ey, hallo? Mach, dass du ihn abgerufen hast. Äh. Jetzt hat er das komplett auf mich abgesehen. Komm, einmal schärfen. Sag, Alter, komm. Vorsicht, Wage. Ey, die explodieren echt sofort. Ja, ja, im Wage, mein ich ja. Aber ich dachte, dass wenigstens gelb und dann erst rot kommt und dann explodiert. Aber dass die einfach mal sofort explodieren. So nach dem Motto. Hey, übrigens, ich bin viel schlimmer als der Endboss, äh, zusammen und alles, äh. Alter, ey, das kann doch nicht so. Komm, nehmen wir mal was zu gefährden. Nicht da! Äh, geil. Das Reno-Plo wollte mich angreifen und er hat mir den Schwanz einfach mal geküllt. Ich geh mal kurz aus. Ja, ja, geh raus, geh raus, geh raus. Äh. Geil, du hattest gerade kurz die KI ein bisschen. Der wurde vom Reno-Plo! Im Reno-Plo hat den angerempelt, dass, dann hat er diese, äh, Schock-Animation gemacht. Dass er ernsthaft verletzt wurde. Das hab ich echt noch nie erlebt. Alter, der, das, weißt du, von einem Moment zum anderen sucht er sich ein ganz anderes Ziel aus. Da schu- Weißt du, ich greif den Grad einmal an. Anderes Ziel. PS, ich nimm übrigens dich als Ziel. Sterb mal schön. Ah, verdammt, ich dachte schon, was greift mich die ganze Zeit an. Scheiße, abhauen, abhauen, abhauen. Ich glaube, wir haben den irgendwie ein bisschen schon jetzt gerade wehgetan. Yo, ich hab mein ganzes Auto angeht, den ganzen Pränger. Das wird sein krass auch. Boah. Pass auf mich abgesehen. Ey, vor allem wie lange der ein Ziel bei sich, also anbehält, ne? So nach dem Motto, wenn ich dich umbringe, dann richtig. Fuck it. Ey, was der, weißt du, so nach dem Motto, ich könnte jetzt eine schwache Animation machen, aber nein, stattdessen hau ich hier voll Schleim auf die Rübe. Ich hab irgendwie so das Gefühl, wir machen den so gar keinen Schaden. Also der verhält sich irgendwie so nach dem Motto. Oh, stimmt. Die Rechte von dem hat echt keinen Schleim mehr. Also entweder haben wir einmal oder sogar zweimal schon gebrakt. Ja, ich würde es auch so vermuten. Vorsicht, er kommt. Oh, nein, 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 stimmt. Er wechselt mal wieder schnell sein Ziel. Und jetzt nimmt er doch dich.